What's going on right now, so grüß dich hier ist der Ali, da sind wir unterwegs in Williamsburg, Brooklyn. Da machen wir uns hin zur U-Bahn. Zur U-Bahn, die drüber fährt. Die nennt man U-Bahn. Und da drüben ist ein U-Liphant. Cool. Ha, Grieb heißt er. So, das ist eine geile Ecke hier. Und da kleben irgendwo auch Aufkleber von mir. Job Today. Da gibt es ein Maximum Deal. Maximus. Geile Sache. Und da fährt meine U-Bahn. Traurig, traurig. Mega. Geil. So, da geht's hoch. Schauen wir mal, ob der Olli hier noch irgendwo steckt, ne? Denn ich habe gehört, der steckt in der ganzen Stadt irgendwo. Besser gesagt, der klebt in der ganzen Stadt irgendwo. Und da sind wir jetzt auf Schienenlevel. Und gleich sind wir da draußen, da geht es nach Manhattan. Okay. Do not enter our cross tracks. Was für ein Blick. so das war mal wieder einer meiner kleinen filme bitte subscribe to my youtube channel wäre super würde mich freuen vorne kommt die nächste bahn und dann machen wir uns rüber auf die andere seite 929 207 wing da unten waren wir gerade am besten nichts runterfallen lassen und da wachsen sogar gräser hier nix fallen lassen das wäre es jetzt wenn die kamera runterfällt so jetzt schauen wir welche u-bahn kommt und wo wir dann umsteigen müssen oder können das sehen wir eine station fahren auf jeden fall so sie kommt gefahren die u-bahn wenn sie gefahren kommt wird sie größer und wenn sie ganz groß ist ist sie da so wer kennt es steht ein m drauf ein j oder ein z mittlerweile könnt ihr auch nachgeschaut haben wie die station heißt oh da kommt sogar die yachts ja da kommt die m und wenn ihr da reinschautet seht ihr ein junger Mann ist also das fenster ne und wenn ihr da reinschautet seht ihr ein junger Mann ist also das fenster ne Hurra viel spaß Ciao Vielen Dank.